Es heißt, jeder wird als Held geboren. Aber wenn du es zulässt, treibt das Leben dich über die Grenze, bis du der Bösewicht bist. Problem ist, dass du nicht immer merkst, wenn du die Grenze überschritten hast. Vielleicht reicht es aus, dass die Welt denkt, ich wäre eine Heldin. Wenn ich hart daran arbeite, glaube ich es vielleicht irgendwann selbst. Alias Investigations. Wie können wir helfen?